Du mit 3 gepackt, Leute! Jo, fett mal! Mit Peter! Weil die denken, das sind Piraten und... Vierter Levels! Lachsi und Kaiser! Und Start! Dann kommt es erlaubt, das bisschen zu sehen. Oh! Ähm... Klick hoch! So! Mach mal easy! Das Ding! Einmal auf immer auf! Na, ich wollte Interesse stellen. Oh, Freund! Hier, hallo! Nein, du steckst da oben! Aber das ist ja genau die richtigen beiden Fresse! Soll ich aufhauen? Ja! Das hättest du erlassen, ey! Ey, du Ratten-Gesicht! Gebt mir mal der Tang her! So! Boah, ihr seid... Ihr seid der echten Trottel, diesen Schritt! Oh, Freund! Freund! Spinn! Spinn! Was er gemeinert! Guck, 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 guck! Und jetzt hab ich's Fass wieder in der Hand! Ja, der kam zu spät! Die Wunder der Natur-U, die Brauma! Gubbel, gubbel! Okay! Gib den mal... Genau! Off! Kick! Ähm, der Rote! Der muss die sein! So, jetzt ist mal gut! Oh, die müssen mal anstecken! Schnell alle aktivieren, bevor die Scheiße wieder losgeht! Und... ...zack, oh man! ...zack, oh man! Easy! Und easy! Schnell mal! 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 Ich hab's ne... Bananen für Peter Goofen! Das war? Ja? Okay, ich würd sagen, wir ver... ...ziehen uns! Komm lass mir die Banane! Jetzt renn raus! Rein, 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 rein! Gib Gas! Ich behalte den Sichtfeld! Äh, da, 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 da! Äh... Hier der Endflussgang! Hör! Ich bagger mir den Wegpreis! Müschen wir! Ja, hallo! Hör! Ja, du musst dich veräppeln, oder was? Ähm... Hallo? Hätt mir auch ruhig noch einen hinwerfen können, der Drecksart! Hör doch ein Todesfrosch! Uah! Oh! Äh... Ähm... Ey, äh... Überleg du mal, ich lenk den Trottel hier ab! Okay! Äh, den nach links, runter, dann so und hoch! Was? Den grün nach links, dann den oben nach unten! Die ist perfekt! Und... Und... Ja, und so und Puch Peng! So, jetzt gehen wir zuerst mal hier lang! Äh, ich würd sagen, beeile uns! Was wollen die Jungs hier loslegen? Bei dieser Feuer-Party! Wow! Boah, das übernehme ich! Ja, proben wir mal! Komm zum Essen! Auf geht's! Leute! Kicken für mich! Auf geht's! Höhle, würde er da nicht packen! Machst du Lüge, ja! Ja! Jetzt mach dir, Max! Oh nein! Nein! Das ist jetzt nicht wahr! Äh! Äh! Oh, hab geschafft! Oh, schon wieder so umgang! Jawoll! So, wer geht ihr? Pops! Nein! Erhung bezweifle ich, dass das keine Absicht war! Wow! Oh! Ja, er hat einen Lauf, der Schlagse! Na! So ein Fallstuh! Äh! Ja! Unschön! Okay! Die olle Kamelle, tippisch weg! Ich geh außen rum, du kriegst ihn hier rüber! Achso! Jo! Ab geht die Party! Perfekt! Der Wechsel war ganz wichtig! Ups! So! Den da hinten noch! Geh mal schnell rüber! Boah! Oh, das Rätsel ist geil! Ich geh mal zwei Karten! Das müssen wir den dann mal so machen! Dann würde ich sagen, ja! Runder rein, den nach oben! Den nach oben! Mach ein bisschen! Kicken nach links! Kicken nach links! Kicken rein! Können wir den anderen nachholen, warte! So! Den tun wir runter, oder? Ne, warte! Moment, 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 Moment! Gib mal den, ne, halt einfach rechts! Dann nach unten! Ja! Da unten! So, was machen wir mit dem Oshy? So, muss man rein, warte! Ah, ja! Ja! Jetzt musst du den hier... Scheiße, den haben wir doch! Kick den nach oben! Kick den nach oben! Kick den nach oben! Kick! Ah, ne, 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 ne! Hä? Ähm! Ah! Ist klar! Der hast du jetzt aufgesehen! Kick mit dem runter, rüber! Na, lecker! Ja! Das ist doch gut! Perfekt! Oh, ne! Der ist alle besiegen, ne? Äh! Wow! Kick den runter! Wow! Warte, warte, warte! Ähm! Scheiße! Moment, Moment, Moment! Ja, ja! Noch nett, noch nett, noch nett, noch nett, noch nett, noch nett, immer noch nett! Jetzt kick! Ach, kacke! Scheiße! Oh, nee! Nein, hier kommt sie durch! Oh, oh! Kick den nach oben! Kick, 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 kick! So, das war's! Haben wir super hingeregt! Oh, ich hab einen Haken! Sehr gut! So! Ja! Ja! Dann, das müssen wir auch zweimal machen! Denn zuerst müssen wir mit dem, dem hier, die kalkulativen Crash-Punk machen machen! So! 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 Das hätten wir jetzt halt machen brauchen, gell? Ich weiß auch, wie es so geht! So! 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 Wow! Sehr gut! Erstmal dich! Ach, scheiße! Hey! Schau mal! Wunderbar! Und schon sind wir wieder beim BoZ! Bei Bots! Thunderbots! Wallein-Sonderbots! Hier zwei Schneckscharkomet. Oder Raupen auch genannt. Tausend Füßler. Raupen, ja. Wow, das sind nicht so viele. Ehrlich. Ja, wo ist er? Ha, das war alles gewollt. Willst du Schmetterlinge im Bauch haben, Fisch? Die Raupen in den Arsch. Ja, ja. Dieser Satz, ich mag ihn so. Baulig. Knapp. La da da, la la la. Wupp. Steht perfekt. Geht er ab, die Eisenbahn hier. Tuff, tuff. Trönen Tuff. Na? Du bist doch da. Mh! Ich glaube, es kommt jetzt zu zweit, oder? Ne. Wer ist schneller. Meine war definitiv schneller. Huch. Huch. Und da ist auch einer ganz schnell runter. Scheiße. Boah, grünen wasser. Das ist auch beschissen. Da. Nein. Ja, Mann, du. Hast du sie aber ausgegeben, dann auch einen. Ich habe einen Stein auf dem Kopf eben. Oh. Ja, meine war schneller. Yeah. Speedy. Gib Gas. Ähm, hallo? Das war jetzt ja auch nur fair. Tja, wir sind ja nicht auf dem Ponyhof. Sondern bei Windsteller was. Yeah. Gerockt. Stufe geschafft. Wir sehen uns im letzten Level gleich, Leute. Juhu.